Was sind die teuersten Tomaten der Welt? Geldautomaten Wen nennt man ein weißes Mammut? Helmut Was sitzt auf einem Baum und schreit Aha! Ein Uhu mit Sprachfehler Kommt ein Mann mit zwei linken Füßen in einen Schuhladen und fragt Haben sie Flipflips? Wie nennt man ein Delfin mit Unterhose? Slipper Was sagt ein Hai, nachdem er einen Surfer gefressen hat? Nett serviert, so mit Frühstücksbrettchen? Wie nennt man ein Italiener, der sich ein Lamm leit Lamm Borgini Geht ein Dachtäger in eine Bar, sagt der Bargieber Der geht aufs Haus Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020